200 200 200 200 200 200 200 200 Das ist Kevlog 200 und ich glaube, dieser Vlog wäre nicht so cool ohne all diese Leute, die immer wieder vorkommen. Darum habe ich diesen verschiedenen Leuten geschrieben und gesagt, machen irgendetwas, sagen 200, machen irgendeine Nachricht. Das ist dabei herausgekommen. 200 Folgen von Kevins im Vlog, ich würde sagen, das ist wahrscheinlich Weltrekord. Ich glaube nicht, dass das jemand jemals geschlagen hat. Ausser vielleicht Simpsons, die haben wahrscheinlich ein paar mehr Folgen. Es gibt vielleicht ein paar mehr lustige Taschenbücher mit dem Donald und so. Und wahrscheinlich hat der FCW da in dieser Saison mehr als 200 Heimsieger erzielt. Aber sonst, Kevins, Weltrekord. Weiter so. 200? So viel Geld habe ich auf meinem Konto? Oh nein, es ist Null weniger. 200 200 200 200 200 Happy 200 Kevlog Day! Amazing project you are doing. I would like to follow your blog. It's a really, really cool project. Hope you get more visits everyday. And all the projects we are building together go really really ahead and everything goes really really good. Thank you so much. Have a nice time. Kevlog ist eigentlich hier in der firsten, die ich am Morgen hören kann. bevor ich aufstehe. Die ersten Worte. News aus der Schweiz. Das ist super. 200! Wie du so gewinnt. Sensationell! 200! Jetzt läuft es. Yeah! Durch diese Tür kommt jetzt der Mann der uns seit über 200 Tagen durch sein Leben gepflicht hat. Ich bin stolz dass ich ein Teil davon sein darf und kann damit bestätigen, dass ich wirklich durchgeknallt bin. Sind wir mal gespannt wenn er jetzt auftaucht. Da ist er! Es gibt also tatsächlich Hunde, die Erden fressen. Das zum Beispiel sind zwei Hund-Erd-Fresser. Hoi Kevin! Gratuliere zum 200. Vlog! Hey Kevin, zu deinem 200. Kevlog kann ich nur eines sagen, nämlich Amen. Ach ja, und es gibt wahrscheinlich mehr als 200 Starbucks hier in Winterthur. Aber sonst, Kevin mit 200 Weltspitzen. 200? Da! Der 200. Flug! Nicht schlecht! Gute Idee! Was kann er besser machen? Haha! Das sage ich ihm persönlich. 200! 200! Haha! Simi und ich gratulieren dir zum 200. Vlog. Es ist jeden Tag wieder spannend, einen Einblick in dein Leben zu sehen. 200! 200! 200! Ich gratuliere dir zu deinem 200. Vlog. Auch von meiner Seite. Ich gratuliere dir. Ich gratuliere dir. Und dann wirst du mich nach wie vor als ein Follower haben. 200! Alles Gute! So, das Video ist nur für Kevin. Um zu beweisen, dass wenn man alleine ist, das mit den Bar Mixer Tricks ganz gut klappt. Weil wir im Kino bis im letzten Vlog eine Flasche runtergefallen ist. Peinlicherweise. Und ja, du siehst, alles kein Problem. Es funktioniert wie geschmiert. Es kann nicht besser gehen. Und ich gratuliere dir zu deinem 200. Vlog. Und mache weiter so, Kevin. Liebe Grösse. 200! 200! 200! 200! 200! Don't forget that we're all fucking the planet. Please stop consuming fossil fuels. Okay, 200. Bitte stoppt mit Umweltverschmutzung. Hört auf an die Planeten. Schade, es ist einfach Scheisse. Gebt euch mehr Mühe, so wie Kevin. 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200! Kevin, eine Gratulation zu deinem 200. Vlog und eine liebe Führer Obergeruss aus Basel! Mhölk zu minuten! 105... 50? ulu. 180 god 165? Mit einem